Ja, sorry, schon wieder am See. Egal. Es ist einfach wunderschön momentan. Ah, da gibt es Palmen. Schon hoch. Grosse Dinge da. Das ist der Dock Beach. Alle am Aufrüsten, Schönmachen für die Sommersaison. Was haben wir hier? Entschuldigung. Ja, trotzdem Wetter, doch noch ein bisschen am Computer arbeiten, aber egal. Egal, jede Stunde da draussen tut einfach nur gut. Und was ich vorhin noch gelesen habe, wenn ein Flugzeug abstürzt und es kommt in den Nachrichten, dann sind ein paar Tage später vier bis fünf Mal mehr Verkehrsunfälle. Und zwar nur, weil die Angst da ist, weil man sich dann fokussiert auf diese Angst. Das ist statistisch bewiesen, habe ich heute Morgen gelesen. Wow, nochmals sowas. 85% der Menschen hier beschäftigen sich am Tag mit negativen Gedanken. Nö, so viel? Nein. An was denkst du? Sind das eher Ängste, Zweifel oder gute Dinge? Achte mal auf dich selbst heute. Ich glaube das nicht.